Kennen Sie auch so schrecklich nette Leute? Ich weiß, ich weiß, Leute, das hört sich so halb politisch korrekt an. Schrecklich nette Menschen ist viel netter. Meinetwegen, die schrecklich netten Leute sind natürlich Menschen, klar. Mit all ihren Vorzügen unserer Spezies. Aber eben nicht nur Vorzügen, dazu später mehr. Um diese schrecklich netten Menschen geht es also heute. Jeder kennt sie und viele mögen sie, klar. Nett ist ja immer gut. Von den Netten ist nichts Unangenehmes zu erwarten oder zu befürchten. Sie haben immer ein gewinnendes Lächeln parat für unser Einer, sind ganz offensichtlich die Empathie in Person. Will sagen, sie versetzen sich ganz und gar in uns hinein. Haben immer ein Ohr für unsere Wehwehchen, für unsere Sorgen und Ängste. Kurzum, die schrecklich netten, das sind die Prototypen des unkomplizierten und zugewandten Gutmenschen. Wahre Vorbilder für uns. Nörgler, ständig Hinterfrager, Muffler und auch schon mal Grandler. Es ist ja nie zu spät, sagt nicht nur Mann. Diesen wohlmeinenden Ratschlag bekommen wir gern auch kostenlos von den schrecklich netten. Selbstverständlich lächeln sie zuckersüß und nett dabei. Warum sind nicht alle so wie wir, scheinen sie uns mit ihrem einnehmenden Lächeln zu sagen, dass sie anknipsen können wie unser Einer das Licht auf dem Klo. Ja, warum eigentlich nicht? Was könnten wir uns doch für Ärger und Konflikte ersparen, wenn wir doch nur einfach zu den Netten, am besten zu den schrecklich netten, gehörten? Alle hätten uns lieb und schon wäre die Welt wieder ein bisschen besser. Ja, das ist ganz nett, aber das war es auch schon. Pikst doch nur mal so einen schrecklich netten Menschen an, einen, der allseits beliebt ist und der oder die, gleiches Recht für alle, bitteschön, geradezu fast schon berüchtigt ist für seinen oder ihren selbstlosen Einsatz für die Gesellschaft. Kann ja immerhin sein, dass auch so ein schrecklich netter Mensch mal Fehler macht. Vielleicht sogar solche, die nicht nur alles andere als nicht nett sind, sondern, noch nett ausgedrückt, eher als Griff in die Kloschüssel einzusortieren wären. Sie wissen ja, shit happens auch und gerade in netten Kreisen. Wer sich also erfrecht, nicht nett zu sein zu den Netten, der lernt sie richtig kennen. Dann sind die schrecklich netten nämlich nur noch schrecklich. Wer das nicht weiß, reibt sich verwundert die Augen, wenn so ein nettes Wesen plötzlich Gift und Galle spuckt, nur weil andere sich weigern, nett bis zur Selbstaufgabe zu sein. Ein Beispiel. Zu den furchtbar netten Menschen gehört zweifellos der frühere Bremer Bürgermeister Henning Scherf. Er hat es bis zur Perfektion gebracht, im Dauerstrahlen, das seinem freundlichen Pferdegesicht eine Aura von Harmlosigkeit verleiht. Nicht grundlos ist der Henning, wie ihn seine Ex-Wähler liebevoll als den netten Menschen von der Weser outen, als geradezu gnadenloser Oma Knutscher bekannt. Wer nicht rechtzeitig die Flucht ergreift oder in Notwehr zum Pfefferspray greift, wird von dem Populisten gnadenlos und ohne Rücksicht auf Alter oder Geschlecht niedergeknutscht. Scherf kann nicht anders. Er ist eben ein Profi, auch und gerade im schrecklich nett sein. Wer anders ist als Scherf, der erfährt allerdings schnell, wozu so ein schrecklich netter Mensch wird, wenn andere nicht so wollen wie er selbst. Der Ahnungslose wird ganz und gar ohne Nettigkeiten niedergemacht und nicht niedergeknutscht. Und mit dem Nettsein maskieren die Netten gern auch Seiten ihres Ichs, die so gar nicht zu dem Image passen, das sie sich zugelegt haben, um möglichst jeder Mann beliebt zu sein. Bleiben wir bei dem netten Bremer Ex-Bürgermeister. Der führte ohne Federlesens als gestandener Law-and-Order-Politiker als Beweismittel zum Aufklären von Drogenschmuggel, das Zwangserbrechen von Verdächtigen ein. Nachdem bei dieser grausigen Prozedur ein Mann aus Sierra Leone starb, urteilte der Europäische Gerichtshof später, die Scherfmethode sei Folter. Der schrecklich nette Scherf ließ und lässt sich von solcher unnetten Rechtsprechung nicht schrecken. Er steht auch heute noch zu der von ihm befohlenen Folter. Ob er die Straßburger Richter bereits umarmt und bebützelt hat, ist unbekannt. Jos van Aken Wir sehen uns nicht. Als Sie über die Straß подt Rhön sehen, Untertitelung des ZDF, 2020